Du bist noch keine 18 Jahre alt und auf der Suche nach dem, was dir wirklich liegt. Du möchtest deinen qualifizierten Hauptschulabschluss machen oder dein letztes Zeugnis verbessern? In den Bildungslinien zur Berufsvorbereitung wirst du bei uns an der Schule auf eine Ausbildung oder eine Beschäftigung in Handwerk oder Industrie vorbereitet. Ein Jahr lang bekommst du Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt im technischen Bereich. Zur Wahl stehen Holz-, Farb-, Metall- und Fahrzeugtechnik. Bei uns kannst du Dinge ausprobieren, um deine Interessen und Fähigkeiten zu erkennen. Das Praktikum in Betrieb ist eine gute Chance für eine Ausbildungsstelle. In der Abflussprüfung stellst du deine erlernten Fähigkeiten in Theorie und Praxis unter Beweis. Du hast auch die Möglichkeit, nach einem Jahr die Berufsfachschule zu besuchen. Wir begleiten dich auf deinem Weg, den Beruf zu finden, der zu dir passt. Deine Entwicklung ist uns sehr wichtig. Genau aus diesem Grund möchten wir dich fördern. Nutze die Chance, die die Friedrich-Dessauer-Schule dir bietet. Orientiere dich und nimm deine Zukunft jetzt in die Hand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017